Wir haben greentastische News. Wirtschaftsingenieurwesen goes Wirtschafts-Green-Ingenieurwesen mit nachhaltigen Inhalten international und interessant. Projekte wie Smart Home, Tiny Houses, intelligente Produktionsmaschinen, nachhaltige Strategien, Formula, Student Electric und vieles mehr, was die Zukunft bewegt, machen wir heute schon. Wirtschaftsingenieurwesen mit neuen Inhalten für meine Zukunft und für deine. Bewirb dich jetzt für ein greentastisches Studium mit Zukunft. Jetzt bewerben auf hochschulstaat.de und Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Esslingen als deine Nummer 1 angeben.